Willkommen zurück zu der Let's Play Assassin's Creed 2. Und ja, im letzten Part haben wir den Edenapfel uns zurückgeholt und eine Rede, sag ich mal, gehalten. Und jetzt werden wir sehen, was uns, ja, erwarten wird. Aber zuerst gehe ich zu der Kiste. Kiste, 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 Kiste. Ja. Federn? Wo kommen die Federn nochmal? Keine Ahnung. Nullplan, wie immer. Magst du mal quatschen? Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Ne. Weep, 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 weep. Wie geht das denn? Keine Ahnung. Bis bald, Ezio. Hallo. Da kommt. Hatte ja genug Florin. Oh so. 2.500. 5.000. Ah ja, komm her. Bank. 5.000. Auch noch 5.000. Oh mein Gott. 7.000. Oi 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 oi. Verdammt. 3.000. Und der Schneider. Mehr mache ich jetzt erstmal noch nicht. Was? Was passiert? Was geht hier vor? Ein Fehler im Datenstrom. Nein, streicht das. Hier steht nicht komplett. Es sind die Codex-Seiten. Sieht aus, als hätte Ezio sie alle gehabt. Ja, ich kann alle holen oder was an, nämlich doch. Klasse. Und wie soll ich die bitte finden? Warte. Sieht aus, als hätte Ezio eine Karte dabei. Wahrscheinlich hatte sie in einer der beschädigten Sequenzen bekommen. Wenn das stimmt, müsste sie dir den Standort aller fehlenden Codex-Seiten anzeigen. Wie schön. Wie schön. Ja, schön. Ja, schön. Also... Sieht aus, als hätte Ezio eine Karte dabei. Wahrscheinlich hatte sie in einer der beschädigten Sequenzen bekommen. Wenn das stimmt, müsste sie dir den Standort aller fehlenden Codex-Seiten anzeigen. Schön. Ich kann wieder durch die ganze Welt reisen. War ich hier schon oder weiter runter? Nein, weiter runter. Dann rate ich mal zuerst hier lang. Puh. So. Kodex hat ein Reaktor. Äh, äh. Mm, yep. Juuu Nnennennennennennennen Tramp Euieiei Oh Animali Help me Nooo Sto Juuu 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 Alles will ich rechts Oh meine Fosse Juuu Cool. Dann hab ich ja weiß, worauf ich mich freuen kann. So, wo ist die nächste? Hakuna Matata. Also, ich glaube, ich mach noch den Part und dann hol ich die ganzen Codex-Seiten auf Screen. Mama ist sonst zu blöd, wir heute noch fünf Parts mit Codex-Seiten finden zu verbringen. Ich will nichts damit zu tun haben. Nein. Davon wüsste ich aber. Wissen dies. Ein großes Netz von Verbindungen und Unterverbindungen. Alles gesteuert vom Zufall. Oder nicht? Ver-und-sechsung-Quadrate? Achso, 64 Quadrate. Was? Was ist? Was? Natürlich nicht. Achso. Achso. Ah ja. Das ist falsch rum. Hehehehe. Ähm, ja. König... Nein, das war falsch. Königin Elisabeth von England. Den Splitter zwei Apfel. Okay. Napoleon. Napoleon. Nein. Oder? Könnte auch sein, oder? Wäre nicht so möglich, auf jeden Fall. Um Anzug her vielleicht? Weiß ich nicht. Nein. Ja, Kaiser Napoleon. Ich bin zu schlau. Von Frankreich. ID. Edensplitter eins. Apfel. Auch nochmal. Ach je. Äh. Ich... Geh mal davon aus. George Washington. War nicht der Staaten. 17... Keine Ahnung. 91. Naja, 81. Aber fast. ID. Edensplitter drei. Task-Code gefunden. 10352. Das hat freigegeben. Juhu. Äh... Ja... Hilf... Ja. Sehr interessant. Auch da unten. Auch da unten. In der Nähe Codex-Seite. Mhm. In der Nähe Codex-Seite. Mhm. Was war nicht der Mal wieder getan. Nein. Der ist der Nicht in meiner Schicht. Verdammt! Ich sehe ihn nicht mehr! Oh, ja. Hast du die Hinrichtungen verpasst? Schade. Es war keine Kohlekette, aber Blünderhorn. Ich. Ich glaube, ich sollte mich umfischer in Form halten. Hm. 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 Wie ist das in der Kollekseite zu sehen? Selbstverständlich nicht. Na, hoch noch den Aussichtspunkt, wenn dann immer noch keine Kodex-Hatte aufgepasst zu sehen ist. Also in dieser Umgebung hier, wäre nicht ein Part. Und mal, und würde die 10 Kodex erhalten, auf Screen. Nope. Okay. Und der Sprung noch. So, machen Sie sich im nächsten Fall und hau dran, Hatte. Ähm, tschau.